Hallo und willkommen zurück zum Tutorial über ReadyReplace. In diesem Programm kann man Batch-Ersetzungen in jeglichen Daten oder Dateinamen, also Umbenennungen von Dateien machen. Der Download-Link zum Programm ist in der Beschreibung des Videos angegeben. Das Programm kann man nach dem Entpacken sofort benutzen und braucht es nicht zu installieren. Das erste Tutorial behandelte die Batch-Umbenennungen von Dateinamen. In diesem und zweiten Tutorial werden Ersetzungen in Dateiinhalten behandelt. Die Beispiele in diesem Video sind Ersetzungen von Inhalten aus Internetseiten und Dateien, die man von anderen Programmen oder Maschinen hat und seinen Bedürfnissen anpassen möchte. Hier haben wir einen Ordner mit ein paar Dateien einer Website. Stellen Sie sich vor, ich ändere meinen Websitenamen und müsste dies nun in jeder einzelnen Datei machen. Das heißt, ich müsste jede einzelne Datei öffnen, in jeder Datei nach dem alten Namen suchen und dann mit dem neuen Namen ersetzen. Mit Ready Replace kann man solche Sachen in kürzester Zeit lösen. Wir ziehen alle Dateien, die in Frage kommen könnten, in das Fenster, klicken doppelt auf die Ersetzungen und definieren. Ersetze Soft Hummingbird.com mit dem neuen Seitennamen. Und wir fügen diese Ersetzungen hinzu. Nun sehen wir, dass keine Ersetzungen stattfinden würden. Wir wollen nicht in Dateinamen, sondern in Dateiinhalten ersetzen. Okay, hier sehen wir jetzt, wie viele Ersetzungen pro Datei ausstehen. Ausführen und alle Ersetzungen sind gemacht. Okay, aber machen wir das wieder rückgängig und ändern das doch kurz wieder zurück auf den ursprünglichen Seitennamen. Dafür klicken wir auf den Vertauschungsknopf hier, aktualisieren und führen wieder aus. Okay, nun stellen Sie sich vor, Sie haben ein Bildformat geändert und wollen es in der ganzen Webseite richtig einbauen. Zum Beispiel haben wir die mov.png in eine JPG-Datei geändert. Wir fügen hinzu und wir sehen, dieses Bild kommt 61 Mal vor. Vielleicht haben wir aber auch noch andere Dateien verändert, also definieren wir das. Ersetze icon.jpg mit icon.gif und wir fügen das auch hinzu. Etwas anderes, was wir ändern möchten, sind alle Bilder, die die Größe 24 Pixel hatten und wir wollen sie auf 32 Pixel vergrößern. Also definieren wir das auch und fügen hinzu. Und sagen wir, dass sich unsere Lieblingstextfarbe zu einer anderen geändert hat. Also schreiben wir die Ersetzung auf und addieren. Wir führen das aus und fertig. Jetzt speichern wir diese Ersetzungen im Falle, wir wollen die auf andere Dateien anwenden oder später etwas rückgängig machen. Tippen einen Namen ein und speichern in die Liste. Wenn wir jetzt mal auf Dateien neu klicken, können wir diese Einstellungen einfach laden, indem wir auf sie doppelklicken. Ziehen wir die Dateien wieder ins Fenster und wollen zum Beispiel die Farbersetzung wieder rückgängig machen. Also klicken wir auf diese Definition, klicken auf den Vertauschungsknopf, aktualisieren, so viele Ersetzungen werden ausgeführt und führen aus. Nun haben wir wieder unsere alte Textfarbe. Jetzt werden wir Ersetzungen in Messdaten machen, damit wir die Messdaten in Excel und anderen Programmen verwenden können. Okay, wir haben diese Dateien hier. Wir ziehen sie ins Programm. Schauen wir in eine dieser Dateien rein. Das können wir auch von ReadyReplace aus machen. Einfach die Leertaste oder Enter auf die ausgewählte Datei drücken und sie wird geöffnet. Oder im Windows Explorer angezeigt. Wir sehen, in dieser Datei gibt es zwei Spalten, getrennt mit einem Komma und einem Leerzeichen. Der Dezimalpunkt ist wirklich ein Punkt, aber wenn man diese Daten in der deutschen Excel- oder Origin-Version verwenden möchte, müsste man diese Punkte durch Kommas ersetzen. Also wir definieren. Ersetze Komma und Leer durch einen Tabulator. Hinzufügen. Okay, es gibt sehr viele Ersetzungen. Nun ersetzen wir noch alle Punkte durch Kommas. Hinzufügen. Jetzt gibt es noch mehr Ersetzungen. Okay, und nun führen wir es aus. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die Dateien unterscheiden. Wir öffnen eine Datei mit Enter. Die alte Datei ist auf der linken Seite und die veränderte neue Datei auf der rechten Seite. Alle Ersetzungen wurden ausgeführt, wie wir es uns gewünscht haben. Nun ein anderes Beispiel. Wie kann man eine extra Spalte in seine Daten einfügen? Wir ziehen ein paar Beispieldateien ins Programm und öffnen eine davon. Es gibt drei Spalten mit Daten und wir wollen eine weitere anfügen mit irgendeinem Text, wie zum Beispiel einfach ABC. Und so wird es gemacht. Wir ersetzen einen Zahlenumbruch mit einem Tab. Dem Text ABC und einem Zahlenumbruch. Den Zahlenumbruch können wir auch mit einem normalen Enter erreichen und das Tab können wir auch als Character 9 schreiben. Also dem neunten ASCII-Zeichen. Hier rechts sind Tipps, was man hier einfügen kann. Enter, Tabulatoren oder jedes beliebige ASCII-Zeichen, das man möchte. Okay, wir fügen hinzu. Es gibt elf Ersetzungen pro Datei. Wir ersetzen in Dateiinhalten und führen aus. Wenn wir Dateien vor dem Ersetzen auf der linken Seite und nach dem Ersetzen auf der rechten Seite vergleichen, sehen wir, dass es genau so aussieht, wie wir es wollten. Jetzt können wir diese Änderungen wieder rückgängig machen. Dazu klicken wir doppelt auf die Ersetzungen und klicken auf den Vertauschungsknopf. Aktualisieren und führen aus. Nun sind die Dateien wieder in ihrem ursprünglichen Zustand. Genauso kann man auch Spalten, Zwischenspalten einfügen. Und die Datei würde dann so aussehen. Okay, das letzte Beispiel ist das Konvertieren von Daten, die mit dem Programm Gwydion erstellt wurden. Wenn Sie Gwydion nicht kennen, sollten Sie einen Blick drauf werfen. Es ist für die Analyse und Darstellung von AFM, STM und im Allgemeinen für Oberflächenmikroskopie Daten gedacht. Schauen Sie sich doch einfach ein paar meiner Tutorials dazu an. Okay, das Problem der exportierten Linien-Scan-Daten von Gwydion ist das Datenformat. Zwischen den Werten gibt es zwei Leerzeichen und nach den Daten eine undefinierte Anzahl an Leerzeichen. Um diese Dateien zu verändern und später in Excel zu benutzen zum Beispiel, ersetzen wir jeweils zwei Leerzeichen mit Tabulatoren und zwei Tabulatoren mit einem Tabulator. Das Ergebnis ist eine schön formatierte Datei, die man in allen Programmen verwenden kann. Okay, das soweit für dieses Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie können das Programm auf der Website www.softhummingbird.com herunterladen und achten Sie auf Updates.